Lauflernschuhe verfügen über einen speziellen Aufbau, der Kinderfüßen gerecht wird. Sie haben in erster Linie die Funktion, die Füße der Kinder zu schützen. Daher ist es enorm wichtig, dass Sie zu hochwertigen Modellen greifen. Achten Sie auf eine hohe Qualität, damit sich die Füße Ihres Kindes gesund entwickeln können. Zu steife Lauflernschuhe führen nämlich schnell zu gesundheitlichen Problemen, wie Sie in unserem Ratgeber nachlesen können. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Korani Jungen Sneaker. Die Lauflernschuhe Korani sind komfortable Schnürschuhe für den Herbst und Winter. Ein kuscheliges Kunstfellfutter hält die Füße Ihres Kindes schön warm. Das Obermaterial besteht aus hochwertigem Echtleder. Der Korani ist mit einer herausnehmbaren Innensohle ausgestattet. Somit können Sie leicht überprüfen, ob die Größe des ausgewählten Schuhs für Ihr Kind passend ist. Die weiche Gummisohle ist flexibel, sodass Ihr Kind mit dem natürlichen Ballengang laufen kann. Bei zu steifen Schuhen und Sohlen ist lediglich der Fersengang möglich, der auf Dauer zu Gesundheitsproblemen führt. In unserem Ratgeber finden Sie weitere Informationen über Ballen und Fersengang. Die blauen Lauflernschuhe sind für Jungen geeignet. Sie stehen in den Größen 18 bis 23 und mit normaler Weite zur Verfügung. Mit diesen wasserresistenten Schnürschuhen wird Ihr kleiner Laufanfänger bequemen Fußes die ersten Schritte gehen können. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Superfit Everle Mini Lauflernschuh Korani Jungen Sneaker. Diese Lauflernschuhe von Superfit sind für kleine Mädchen geeignet. Die Schuhe sind in verschiedenen Farben erhältlich und mit hübschen Blümchen verziert. Das Obermaterial ist Leder. Auch das Futter besteht aus Leder für ein angenehmen Fußklima. Die Mädchen Lauflernschuhe Superfit Everle Mini sind für schmale Füße nach WMS gefertigt. WMS ist die Abkürzung für das Weitenmaßsystem, das von Orthopäden und Schuhherstellern entwickelt wurde. WMS Schuhe sind für schmale, mittlere und breite Fußformen erhältlich. Weitere Informationen über die Ermittlung der passenden Schuhgröße finden Sie in unserem Ratgeber. Die Sohle ist extra leicht und biegsam, damit das natürliche und gesunde Abrollen der Füße ermöglicht wird. Zudem besitzt die Sohle gute Dämpfungseigenschaften. Stöße beim Springen und Laufen werden abgefangen und wirken gedämpft auf den Rücken ein. Die Schuhe sind mit einem Klettverschluss versehen. Erhältlich sind sie in verschiedenen Größen von 20 bis 26. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Georgs Baby-Jungen B. Todder Boy C. Lauflernschuhe. Diese stylischen Lauflernschuhe von Georgs haben ein sportliches Design, genau der passende Look für kleine Jungs. Ein Highlight für kleine Laufanfänger ist die Blinklichtsohle, die an- und ausgeschaltet werden kann. Obermaterial und Sohle wurden aus Synthetik gefertigt. Das Innenfutter der Lauflernschuhe Georgs B. Todder Boy C. besteht aus Mikromesh. Zudem ist die Gummisole perforiert und mit einer speziellen Membran ausgestattet. Schweiß wird aufgenommen und nach außen geleitet. Mikromesh ist ein Gewebe, das Feuchtigkeitsregulierende und atmungsaktive Eigenschaften vorweist. Mit diesem Innenfutter bleiben die Füße Ihres Kindes trocken, da sich kein Schweiß bilden kann. Sie können zwischen fünf Farben und den Größen 21 bis 27 wählen. Dank Klettverschlüssen lassen sich die Lauflernschuhe leicht und schnell öffnen und schließen. Die Sohle hat ein leichtes Profil und die Absätze sind flach. Mit diesen Sneakern wird ihrem kleinen Sohn das Laufenlernen Spaß machen. Der nächste Produkt ist Adidas Unisex Baby Superstar CFI Lauflernschuhe Georgs Baby Jungen B. Todder Boy C. Lauflernschuhe. Diese Lauflernschuhe von Adidas sind für kleine Laufanfängerinnen und Laufanfänger geeignet. Die Sneaker im sportlichen Design sind aus Leder hergestellt. Das Innenmaterial besteht aus Synthetik und die Sohle wurde aus Gummi gefertigt. Als Besonderheit sind die Adidas Unisex Baby Superstar CFI im Stil der 70er Jahre gehalten. Diese Schuhe im Retro-Style kamen bereits bei den Kids der 70er Jahre gut an. Die drei Zickzackanten und die Spitze aus Gummischell sorgen für einen coolen, sportlichen Look. Sie können zwischen den Größen 21 bis 22 und zwei Farbkombinationen wählen. Der Absatz ist flach und die Sohle mit einem leichten Profil ausgestattet. Die Sneaker besitzen Klettverschlüsse, sodass die Schuhe bestens auf die individuelle Fußform eingestellt werden können. Der nächste Produkt ist Ricosta Pepino Cori Lauflernschuhe Adidas Unisex Baby Superstar CFI Lauflernschuhe. Bei den Ricosta Pepino Cori Lauflernschuhen handelt es sich um Kinderboots. Sie eignen sich für Mädchen und Jungen. Erhältlich sind sie in den EU-Größen 18 bis 26 und in verschiedenen Farben. Beispielsweise stehen die Babyschuhe in den folgenden Farben zur Verfügung. Pink, Blau, Grau, Beige, Rot, Orange. Ausgestattet sind die Pepino Cori Lauflernschuhe mit einer lautherstellerweichen Laufsohle und einer Einlegesohle. Die Laufsohle wird aus Naturkautschuk gefertigt. Die Einlegesohle besteht aus Leder. Weiterhin sind die Babyschuhe mit einer Schnürung versehen. Das ermöglicht laut Hersteller eine sehr gute Anpassung der Schuhe an die Fußform des Kindes. Was ist Naturkautschuk? Bei Naturkautschuk handelt es sich um einen Stoff, der sich in dem Milchsaft des Kautschukbaums befindet. Der Anbau von Naturkautschuk erfolgt größtenteils in Indonesien und anderen asiatischen Ländern. Verwendung findet das Material in verschiedenen Bereichen. Es steckt zum Beispiel in vielen Schuhen, Autoreifen, Yogamatten, Babyflaschen und Schnullern. Naturkautschuk ist wasserabweisend, widerstandsfähig und äußerst elastisch. Der nächste Produkt ist Naturino Cocoon Lauflernschuhe. Die Naturino Cocoon sind knöchelhohe Lauflernschuhe. Sie sind aus lauter Hersteller weichem Napperleder gefertigt. Zu ihrer Ausstattung zählen die Einlegesohle aus Leder, die Schnürsenkel und die Außensohle, die den Herstellerangaben nach weich ist. Der Fersenbereich der Babyschuhe ist Naturino zufolge stabil. Verfügbar sind die Schuhe in verschiedenen Farben. Hierzu gehören beispielsweise Navy Blau, Hellblau, Dunkelgrün, Gelb und Braun. Die erhältlichen Größen reichen von der EU-Größe 17 bis zur EU-Größe 26. Was bedeutet Napperleder? Bei Napperleder handelt es sich um ein Glattleder, das vollnarbig und chromgegerbt ist. Es kann aus den Häuten von unterschiedlichen Tieren bestehen. Entstanden ist das Material in der US-amerikanischen Region Napper Valley. Anfangs wurde es ausschließlich zur Produktion von Bekleidung und Handschuhen genutzt. Mittlerweile kommt das Material für verschiedene Produkte, beispielsweise für Wintermäntel und Sitzmöbel, zum Einsatz. Es dient als Sammelbegriff für unterschiedliche Glattleder, die weich sind und aus Häuten von verschiedenen Tieren bestehen können. Eine klare Definition oder Norm für Napperleder gibt es nicht. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Sterntaler Lauflernschuhe. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Superfit Flexi Lauflernschuhe. Die Superfit Flexi Lauflernschuhe stehen in den EU-Größen 18 bis 23 zur Verfügung. Sie haben eine laut Hersteller weiche Einlegesohle und zwei Klettverschlüsse, die individuell an die Füße des Kindes anpassbar sein sollen. Dem Hersteller zufolge ermöglichen es die Klettverschlüsse, die Schuhe sehr einfach an- und auszuziehen. Das Obermaterial der Babyschuhe besteht aus Napperleder und Fillor. Das Futter ist aus Leder gefertigt. Die Sohle der Superfit Lauflernschuhe ist mit speziellen Flexzonen versehen. Dadurch sollen die Schuhe sehr flexibel und weich sein. Der nächste Produkt ist Ricosta Pepino Mia Lauflernschuhe. Die Ricosta Pepino Mia Lauflernschuhe sind Boots. Sie sind mit einem Sternmotiv versehen und in verschiedenen Farben, wie lila und grau, erhältlich. Zusätzlich sind die Schuhe in unterschiedlichen Größen verfügbar. Zur Auswahl stehen die EU-Größen 20 bis 27. Hergestellt sind die Kinderschuhe aus echtem Leder. Die Laufsohle wird aus Polyurethan gefertigt. Daneben haben die Lauflernschuhe eine Einlegesohle, die aus Leder besteht. Den Herstellerangaben nach handelt es sich um komfortable und sehr hochwertige Schuhe. Der nächste Produkt ist Georgs B Tordo Baby Mädchen Lauflernschuhe. Diese Lauflernschuhe von Georgs sind für Mädchen ab einem Jahr geeignet. Das Design ist sehr romantisch mit Herzverzierungen gestaltet, also genau das Richtige für ihre kleine Laufanfängerin. Ein Highlight sind die transparenten Sohlen mit Blinklicht, das sich über einen Schalter am Obermaterial ein und zwei Klettverschlüssen verschlossen. Sie haben eine Membran, die atmungsaktiv und wasserabweisend sein soll. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ice Unicorn Lauflernschuhe Georgs B Tordo Baby Mädchen Lauflernschuhe. Die Ice Unicorn Lauflernschuhe bestehen aus Leder. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Der Hersteller gibt für die verschiedenen Größen ein Alter zur Orientierung an. 0 bis 6 Monate. Diese Babyschuhe sind 11 cm lang und entsprechen der EU-Größe 18 bis 19. 6 bis 12 Monate. Die Schuhe haben eine Länge von 12,5 cm. Die Größe entspricht der EU-Größe 20 bis 21. 12 bis 18 Monate. Die Größe beträgt 13,8 cm und entspricht der EU-Größe 22 bis 23. 18 bis 24 Monate. Die Lauflernschuhe sind 14,8 cm lang und entsprechen der EU-Größe 24 bis 25. Zu beachten ist, dass das Alter ausschließlich zur Orientierung gedacht ist. Welche Schuhgröße die richtige ist, hängt davon ab, wie groß die Füße des Kindes sind. Daher ist es ratsam, die Füße vor dem Kauf vom großen Zeh bis zur Ferse zu messen. Laut Hersteller ist eine Verlängerung der gemessenen Größe um einen Zentimeter erforderlich. Das soll uneingeschränkte und natürliche Fußbewegungen in den Schuhen ermöglichen. Die Babyschuhe von Ice Unicorn sind in schwarz gestaltet und mit einem Tiger-Motiv versehen. Daneben gibt es sie in vielen anderen Designs. Erhältlich sind sie zum Beispiel in schwarz mit einem Krokodil oder einem Eulen-Motiv, in blau mit einem Dinosaurier-Motiv, in braun mit einem Fuchs-Motiv oder in rosegold ohne Motiv. Die Sohle der Ice Unicorn Baby Schuhe ist aus Wildleder gefertigt. Sie soll weich und flexibel sein. Den Herstellerangaben nach ist die Sohle rutschhemmend und bietet einen sicheren Halt. An dem Knöchel sind die Schuhe mit einem Gummibund ausgestattet. Er soll elastisch sein und verhindern, dass die Schuhe vom Fuß fallen. Der nächste Produkt ist Ricosta Baby Mädchen Xeni Lauflernschuhe. Mit dem Mädchenschuh Xeni wird der Tag zur Nacht. Wie 1000 Sterne am Firmament, so funkelt die Sternendekoration an diesem tollen Kinderschuh. Der Lauflernschuh zum Schnüren ist aus hochwertigem Leder gefertigt, hat die Pepino-typische leichte Polyurethan-Sohle, sowie ein weiches Lederfutter und eine waschbare Einlegesohle. Kleine Mädchen werden diesen coolen Kinderschuh lieben. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Superfit 80034280 Baby jungen Saturnus Lauflernschuhe. Dieser Lauflernschuh von Superfit überzeugt durch sein innovatives Design und ist speziell auf die Anatomie kleiner Kinderfüße ausgerichtet. Der Lauflerner besteht aus strapazierfähigem Velourleder und ist mit dezenten Steppdetails verziert. Die Laufsohle aus Gummi ist besonders biegsam, um die natürliche Abrollbewegung des Kinderfußes zu unterstützen. Zudem ist die Laufsohle im Zehen- und Fersenbereich extra hochgezogen und hält dadurch allen Aktivitäten stand. Eine optimale Anpassungsmöglichkeit sowie guten Halt wird durch die leichtgängige Schnürung gewährt. Das weiche Lederfutter und die herausnehmbaren Ledereinlagesohlen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Ausgezeichnet in WMS Weite W, weit, bietet der Lauflernschuh genügend Freiheit für breitere Kinderfüße. Dieses Superfit-Modell namens Saturnus vereint die wichtigen Funktionsmerkmale eines Kleinkinderschuhs mit schlichtem Design. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Ricosta 1.826.5175 Babymädchen Edissa Lauflernschuhe. Ein sommerlicher, luftiger Lauflernschuh ist der Pepino-Mädchenschuh Edissa. Ein luftiger Schnitt für warme Sommertage, da fühlen sich kleine Füße wohl. Der Lauflernschuh ist aus hochwertigem Leder, hat Ledereinlegesohlen und ein Lederfutter. Für einen angenehmen Auftritt sorgt die leichte, flexible Polyurethan-Sohle. Damit auch die Herzen kleiner Mädchen höher schlagen, ist der Kinderschuh mit kleinen Schmetterlingen und Blümchen verziert. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Richter 2302 143 Kinderschuhe Babymädchen Jumbo Lauflernschuhe. The robust Walker Sandal in Avelor and Textile combination is the ideal companion for your child. The Sandal gives the children's foot the greatest possible grip. In Addition, the high-quality leather lining increases foot comfort, even on warm days. The first walking attempts are supported first class thanks to the lightweight and flexible Sohle. The Velcro closure makes it easy to put on and take off. Since 1893, the Austrian company Richter has been developing child-friendly strips, designing high-quality children's shoes with function and processing-only quality-tested leather and high-tech materials. Richter offers parents the safety of doing the best for their child and children a lot of fun and joy when wearing the shoes carefree. All Richter-Schuhe carry a Fair-Step Seal. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Richter 0022 421 unter Strich J Kinderschuhe Mini Baby Jungen Lauflernschuhe. Entzückender Richter Baby Schuhe für Jungen aus hochwertigem Velour mit Stickmotiv mit Trend-Eiger Steppnaht. Der knöchelhohe Lauflerner gibt ihrem Kind bestmöglichen Halt, das hochwertige Lederfutter steigert den Fußkomfort. Die leichten und flexiblen Sohlen sind der optimale Begleiter für die ersten Gehversuche. Seit 1893 entwickelt das österreichische Unternehmen Richter kindgerechte leisten, designt hochwertige Kinderschuhe mit Funktion und verarbeitet ausschließlich qualitätsgeprüfte Leder sowie Hightech-Materialien. Richter bietet den Eltern die Sicherheit, das Beste für ihr Kind zu tun und den Kindern viel Spaß und Freude beim unbeschwerten Tragen der Schuhe. Alle Richter-Schuhe tragen das Fair-Step-Siegel. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Adidas CQ 0028 Altarun CFI Lauflernschuhe. The hard look for babies is flexible and flexible. Hier hilft ein adämmend bovenmaterial von Mesh with special overlays, a sporty to sensual an kindfriende Liekebands Luidingen. This baby running shoe is flexible and durable. It has a breathable Mesh upper with supportive overlays, a sporty, to tone mit sole and child-friendly Velcro fasteners. Bebeckler için bu kursu aje kaps, esnek ve dayan pdr. Destekler iki kaps lamala, sportiv, iki renkli ara tabana ve chojuk dostu RT RTL bandlara sahib nefes ellenfeil ist malzemeier sahib tier. Tato bezecker obof pro mi minkar je flexibilni a odolna. Ma pro disni sveichni material se si ovi ni es pot krimi sveichni vrstv ami, sport ovni, dvubarev nume cipodratskua suche cipi fortne pro deti. Te buti do big anja DLA CCC zi zelasteizne i vizima e. Ma odyshae sa imateria uvietskne zziatki zodatkulmi nak, baby, adkami, sportove, dvukoloro podestzverrotkove ip at zy jasene DLA CCC zapichom na at zepi. This baby running shoe is flexible and durable. It has a breath-able mesh upper with supportive overlays, a sporty, to-tone mit Sohle and child-friendly velcro fasteners. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.